Das agile Paradoxon, wenn agile Transformation zäh läuft. Fehlgeschlagene Scrum-Einführungen gibt es zuhauf, vor allem in größeren Software-Organisationen und vor allem in Organisationen, die schon lange existieren. Warum ist das so? Muss das wirklich so sein? Und wie ging es anders? Was? Zunächst mal eine Firma, die heute noch besteht, eine Firma, die existiert. Jede Organisation, die erfolgreich existiert, die ist hinreichend an ihre Marktumgebung angepasst. Und diese Anpassung kann auch sein, ja, hat so viel Kapital, dass sie auch eine nicht operative Anpassung eine Weile aushält. Aber ist hinreichend an ihre Marktumgebung angepasst, sonst würde die Organisation ja nicht mehr existieren. Das heißt nicht, dass sie in Zukunft noch genauso weiter existieren kann und wird. Aber für jetzt hat sie ja die Organisation schon mal was richtig gemacht und sich vermutlich das ein oder andere Mal in der Geschichte bereits angepasst. So falsch kann das also gar nicht gewesen sein, was ja in der Vergangenheit bis hinein in die Gegenwart gemacht wurde. Vielleicht gab es trotzdem jetzt mal einen Ausflug in Scrum, nur in der reinen Entwicklungsorganisation und die haben dann vielleicht festgestellt, naja, das bringt nicht so wirklich was, wenn nur sie isoliert in Scrum herumrühren. Die Entwicklungsorganisation, die hat vielleicht einige Aspekte herausgegriffen und benutzt die jetzt auch noch, die auch oft in Scrum-Organisationen vorkommen. So finden sich zum Beispiel Ticketsysteme, Jira-Queues, es finden sich Build-Server auf den neu erstellter Code des Nächten als Nightly Build oder sogar kontinuierlich als Continuous Build oder Continuous Integration integriert und getestet wird. Wie umfassend und gut Nightly oder Continuous Integration für die Software laufen, das hängt auch davon ab, wie wichtig frühe Softwarequalität für die Entwicklungsteams selber ist und als wie wichtig es in der Organisation auch angesehen wird. Aber so richtig agil fühlt sich das halt oft noch nicht an, weil viele Stücke des Codes schon ziemlich lange wuchern. Die ganze Architektur ist vielleicht auch eher sperrig gegen Änderungen und weil auch jedes Softwaremodul wieder von vielen anderen Softwaremodulen abhängt. Und das Ganze macht es natürlich auch schwierig, weil diese anderen Softwaremodule betreuen vielleicht auch wieder andere Teams. Die Software-Tests werden vielleicht wieder von anderen Teams gemacht, weil die so zeitaufwendig sind, diese Tests. Kundenspezifische Software liefert Ihre Organisation vielleicht sogar alle 4, 8, 12, 16, 20 Wochen. Aber irgendwie immer mit einem flauen Gefühl, weil alle wissen ja, was nicht getestet wurde, wo die Tests arg dünn sind oder was vielleicht auch nicht gemacht wurde an Feature- oder Qualitätsarbeit. Es kann auch sein, dass die Exekutive-Ebene jetzt davon spricht, wir müssen jetzt Scrum oder Less oder Safe oder irgendein Framework einführen. Wir müssen die Leute ins Boot holen und wir müssen ihnen das passende Mindset verpassen. Da verweise ich auch gerne auf den Vortrag aus dem vorigen Jahr. Mindset ist als Bearbeitungsziel ungeeignet, weil Kreativität ist nun mal eine Handlung und kein Gefühl. Und die Frage stellt sich schon, wieso überhaupt agil werden müssen? Wieso? Was soll das bringen? Eine mit agiler Softwareentwicklung arbeitende Organisation ist ja kein Selbstzweck. Wir müssen agiler werden. Das ist nicht unbedingt die wahre Aussage, weil wenn ein Vorstandsmitglied sowas trifft, warum müssen, wer ist überhaupt wir und was ist mit agiler gemeint? Agiler komparativ, also agiler als was? Das sind alles Fragen, die muss man sich zunächst mal anschauen. Wenn Kunden der Organisation, wenn ihre Kunden der Ansicht sind, dass der Softwarelieferant, dass sie bitte agiler werden, dann kann der Grund durchaus sein, dass der Kunde sich wünscht, dass seine Änderungsbedürfnisse, seine Änderungswünsche wiederum rascher umgesetzt werden. In dem Fall wünscht sich der Kunde dann tatsächlich agilere Vorgehensweisen oder Agilität. Wir müssen agiler werden, ist aber zunächst mal unspezifisch und ganz oft nicht auf den Markt gerichtet, sondern wird rein als interne Referenz verwendet. Schlimmer noch, wenn die Einführung irgendwelcher agiler Frameworks von ganz oben verordnet wird, dann ist das ja erst einmal eine starre Regel und diese starre Regel hebelt das Denken aus. Die hebelt das Denken aus auf die Frage hin, wieso müssen wir agiler werden? Was ist die Annahme, die auf die Notwendigkeit irgendeiner agilen Transformation hinweist? Woher wissen wir, wie agil wir jetzt sind und was dementsprechend dann agiler meint und wie agil wir werden müssen? Das ist wirklich alles sehr unspezifisch. Was ist der Marktdruck, der dieses Müssen verursacht? Da können wir uns vier Möglichkeiten anschauen. Erstens, Kunden wünschen oder brauchen schnellere Lieferungen nach ihren Anfragen, nach ihren Überhauptanfragen und damit schnellere erste funktionierende Lösungen. Der zweite Grund, der sein kann, Wettbewerber liefern vielleicht vergleichbare Leistungen in flotterer Abfolge zu gleichen oder sogar geringeren Kosten. Drittens, Kunden wünschen sich vielleicht eine bessere Reaktionsfreudigkeit auf Änderungswünsche. Und viertens, ausgelieferte Neuigkeiten in ihrer Software werden vielleicht von Kunden schlecht akzeptiert, weil die Notwendigkeit für die gerade eben gelieferten Features schon gar nicht mehr existiert. Die hätten die Features vor einem Viertel, vor einem Halben, vor einem ganzen Jahr gebraucht, nicht mehr jetzt. Bei den meisten Kunden wird es eine Gemengelage aus verschiedenen Notwendigkeiten sein. Die Zusammensetzung ist natürlich immer anders. Was also ist der überbordende Grund für Entscheidungsträger in einem Unternehmen, die Notwendigkeit für Agilität auszurufen? Und was bewirkt es überhaupt, Agilität als Zielbild auszurufen? In einer Wissensgesellschaft sollte die Führungsebene davon ausgehen, dass die Nachrangigen oder dass ihre Organisation Kompetenzträger aufweist und zwar viele Kompetenzträger. Deswegen sind die alle da. Deswegen haben sie die alle an irgendeinem Punkt der Geschichte mal eingestellt. Und dann darf und muss sich als obere Führungskraft davon ausgehen, dass die gesamte Ausführungsebene und Mittelmanagement sich ziemlich gut damit auskennt, auf welche Weise ein Job gut ausgeführt werden kann. Schlimmer noch, wenn sie die methodisch bevormunden, wird das oft als Eingriff in die Kompetenz angesehen. Und letztendlich, muss man auch ehrlich sagen, kann die Ausführungsebene und das Mittelmanagement es immer wie einen Unfall aussehen lassen, wenn eine Methode, die von ganz oben verordnet wird, nicht funktioniert. Den Nachweis zu führen, das funktioniert bei uns nicht, das ist immer möglich und führt genau dann zu diesem Ups. Machen wir uns nichts vor. Also Agilität ist ja in der Regel nicht das, was das Top-Management wirklich will. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, denn Agil an sich ist ja kein Geschäftserfolg. Das ist ja kein Maß für den Geschäftserfolg. Der Geschäftserfolg selber ist ein Maß für den Geschäftserfolg. Was die Organisation üblicherweise will, ist überleben, wachsen, am Markt Erfolg haben. Wenn es dafür Agilität braucht, schön. Wenn es ohne Agilität geht, auch schön. Da gilt tatsächlich die Prämisse der Führung. Du kannst einem Spezialisten entweder sagen, was das Ergebnis des Tuns sein soll oder aber wie sie arbeiten sollen. Spezifiziere ich beides sehr eng, dann werde ich entweder Konfusion oder gar Insubordination ernten. Und da jetzt das Management eine sehr gute Vorstellung haben muss, warum denn das und was denn das Unternehmen an Wertschöpfung leisten soll und damit auch begründen kann, warum es jetzt überhaupt vielleicht eine Änderung braucht, ist darin auch die Zielvorgabe gesetzt. Am Ende reden wir nicht über Agilität, sondern wir reden über Wertschöpfung. Und als logische Konsequenz ist Zurückhaltung angesagt, was das Wie angeht. Wenn ich Mitarbeiter unmündig behandle, indem ich ihnen genau sage, wir machen das jetzt so und so und so und so, da werden alle, die sich nicht als unmündig empfinden wollen, früher oder später woanders umschauen. Und damit werden sie aber dem Unternehmen die kreative Schaffenskraft entziehen, die besonders ja in der Software dringend benötigt wird. Statt jetzt also genau Methoden unbegründet, unzulänglich begründet zu verordnen, hilft es also erst einmal erklären, warum eine Änderung der Entwicklungsweise aus Marktsicht überhaupt notwendig ist. Darauf aufbauend kann man dann Zielvorgaben machen. Und die müssen sich aber genau an diesem externen, an dem marktorientierten, warum entlanghangeln. Die müssen dadurch direkt begründbar sein. Rein intern motivierte Zielvorgaben, die nicht auf externen Erfordernissen basieren, die helfen nichts. Die werden von der Organisation nicht gutiert und tendenziell eben unterlaufen. Schauen wir zu Simon Sinek, der in seinem Buch Always Start With Why eben gesagt hat, wir müssen im Kern erstmal schauen, warum wollen wir etwas, warum brauchen wir etwas. Und darauf aufbauend kann dann in der nächsten Schale Gedanken über das Wie gemacht werden und wieder darauf aufbauend über das Was gesprochen werden. Die Methode und die Art und Weise, wie das Ergebnis erreicht wird, finden die guten Köpfe in ihrer Organisation dann schon heraus. Keine Sorge, das ist okay. Scrum und andere agile Frameworks, die sind ja mittlerweile hinlänglich bekannt und dann vieler Anwendungsratgeber auch relativ gut verstanden. Anwendungsratgeber, Coaches, Trainer, Consultants, alles Mögliche. Sobald also Anforderungen bestehen, die tatsächlich und eindeutig darauf hinweisen, dass sich die Organisation verändern muss und dass Änderungen an der Arbeitsweise notwendig sind, wird die Organisation auch einen Weg finden, sich daran anzupassen. Und anpassen ist ja eben genau das Merkmal agiler Organisationen. Diejenigen in der Organisation mit der informellen Macht, Methoden vorzuschlagen und einzuführen, die werden mit großer Wahrscheinlichkeit auf eine gute Lösung kommen. Und damit ist die Frage, was können denn mögliche Ziele sein? Also wir haben festgestellt, agil ist nicht das Ziel, sondern Agilität kann eine Notwendigkeit sein, um zu dem Ziel zu kommen. Also müssen wir finden, was ist denn ein gutes Ziel? Das Schöne an Zielvorgaben ist ja, dass der Weg dahin offen bleibt. Und auch wenn ganz viele Teams und Organisationen wahrscheinlich auf den gleichen oder zumindest ähnliche Lösungswege kommen werden. Statt dass Sie also nun Scrum oder Save oder Less oder ähnliche Frameworks von höchster Stelle fordern, geben Sie als Marsch-Ziel vor, was Sie als Effekt letztendlich haben wollen. Effekt, der für den Geschäftserfolg der Organisation wieder dient. Schauen wir uns zwei Beispiele für solche Vorgaben mal an. Es sind wie gesagt Beispiele. Das ist jetzt nicht, oh genau so muss das sein. Beispiele. Beispiel 1. Lieferfrequenz. Das könnte jetzt zum Beispiel lauten, wir liefern unsere Software alle zwei Wochen. Immer am selben Wochentag. In Form eines vollständig qualitätsgeprüften Release an unsere Kunden aus. Diese Lieferfrequenz gilt ab in zwei Monaten. Die ersten vier Releases können noch interne Releases sein. Beispiel. Haben Sie jetzt bereits eine Lieferfrequenz von zwei, drei oder vier Wochen, dann setzen Sie als Ziel eine Lieferfrequenz zum Beispiel von einmal die Woche oder zwei oder dreimal die Woche an. Oder gleich jeden Tag. Die Lieferfrequenz, freilich, die muss sich durch einen Kundennutzen begründen lassen. Hoffentlich erzielen Sie ja mit Ihrer Software ohnehin einen Kundennutzen. Wenn Sie also ein neues Feature an den Kunden ausliefern, hat dieser dadurch einen Kundennutzen. Und wenn er es früher hat, die Kundenorganisation, dann hat sie auch früher den Kundennutzen. Weil Sie die Funktionalität produktiv einsetzen können, weil Sie die Software, die Sie liefern, bei sich integrieren können, damit schneller selber wieder freitesten, selber wieder an Ihre Kunden ausliefern können. Die Lieferfrequenz als Zielvorgabe, die hat einen wunderbaren Vorteil für Ihre eigene Organisation. Alle relevanten Bereiche der Softwareentwicklung, also runterbrechende Kundenanforderungen auf Softwareanforderungen und Aufteilung auf mögliche Module und so weiter, Konfigurationsverwaltung, Integration, Softwaretest, Verifikation, Release Packaging, Release und so weiter, Die erfordern ein Umdenken, weil sehr wahrscheinlich die bestehenden Strukturen diesen deutlich höherfrequenten Turnus gar nicht mitgehen können. Die können den gar nicht erfüllen. Sie geben also mit der Vorgabe der Frequenz einen Änderungimpuls, weil ein weiter wie bislang nur mit mehr Dampf nicht mehr zieht. Und deswegen sollte die Frequenzänderung auch nicht graduell sein, also nicht jetzt einfach irgendwie von 5 auf 4 Monate oder sonst irgend sowas, sondern die Änderung muss drastisch sein. Drastisch, aber sinnig, begründbar. Tatsächlich begründbar aus der Marktsituation heraus. Mit der Frequenzänderung bekommen Sie die Notwendigkeit für Continuous Integration gleich frei Haus. Manuelles, sporadisches Testen ist schlichtweg nicht mehr praktikabel, ist nicht mehr möglich. Die Frequenzänderung wird früher oder später ganz viele unnötige manuelle Schritte eliminieren und viele andere automatisieren. Die Organisation wird ganz viel automatisieren müssen, denn, und auch das müssen Sie als Top-Führungskraft wieder klar machen, das Ganze soll ja im eingeschwungenen Zustand ohne Mehrbelastung von Mitarbeitern, von Teammitgliedern vonstatten gehen. Dass in der Umbruchphase teilweise noch alte Methoden da sind und angewandt werden und neue schon eingeführt werden und das temporär eine Mehrbelastung ausmacht, das ist schon klar. Aber im eingeschwungenen Zustand muss das ohne Mehrbelastung gehen. Zweites Beispiel. Durchlaufzeit von Anforderungen. Neue Kundenanforderungen werden zu 50% innerhalb von 10 Wochen in der fertigen Software geliefert, zu 25% innerhalb von 6 Monaten geliefert und für 25% wird ein Zeitraum angegeben, in dem eine Realisierung zu erwarten ist. Wird eine Kundenanforderung abgelehnt, so geschieht dies binnen zwei Wochen nach Eingang. Diese Ergebnisforderung hat ebenfalls den Aspekt der Lieferung in sich, ist also wieder ganz klar an den Markt und an das Ergebnis gerichtet. Die geht jedoch noch ein Stück weiter als die Frequenzforderung, indem sie tatsächlich die gesamte Wertschöpfungskette betrachtet. Die Software entsteht nun mal nicht allein durchs Programmieren und Ausliefern, sondern durch Anforderungen, durch das Denken, harte Nachdenken und Diskutieren von Anforderungen. Besonders Organisationen, die sich schwer tun, mit der Priorisierung von Anforderungen, die mit unklaren Umfängen zu kämpfen haben, vielleicht auch mit Change Requests, die irgendwo ins Kraut schießen und dauernd reinkommen, die dementsprechend mit galoppierenden Kosten dann auch zu kämpfen haben und mit wuchernden Anforderungskatalogen, ja, die werden tatsächlich eine große Änderung verspüren. Wenn das Ergebnis von Anforderungsarbeit selber klargemacht wird, weil Anforderungsarbeit ist ja kein Selbstzweck, sondern mündet entweder in Software oder aber vorher noch in Diskussionen mit Kunden, wieso eine Anforderung umgesetzt wird oder auch nicht. Besonders der letzte Teil, der wird ja oft vernachlässigt. Je nach Art der Beauftragung kann es sein, dass Anforderungen, die Sie nicht explizit ablehnen, nach einer bestimmten Zeit automatisch als angenommen gelten. Und zwar egal, ob Sie das jetzt explizit irgendwo ins Vertragswerk reingeschrieben haben oder ob der Kunde dann einfach davon ausgeht, wenn er nichts mehr hört, dass alles in Ordnung ist und dass es passt und dann natürlich sauer ist, wenn Sie dann irgendwie Monate später noch daherkommen und sagen, ja, machen wir jetzt doch nicht. Deswegen muss auch das Zurückweisen von Anforderungen mit in diesen Zielkatalog, mit in diese Zielforderung rein, dass wenn zurückgewiesen wird, dann relativ flott. Die Zeiten, logisch, das hängt von Ihrem konkreten Kontext ab, von der Kundenstruktur, von Ihrer eigenen Struktur, von der Art der Software, die Sie bauen, von der Art der Systeme, die Sie auch daraus bauen. Und die Prozentwerte sind und Zeitwerte sind damit abzuwandeln. Aber ich empfehle Ihnen, tatsächlich eine geeignete Abstufung zu verwenden, weil nicht alle Anforderungen können rasch umgesetzt werden, aber andererseits nicht alle Anforderungen oder nur die wenigsten Anforderungen erfordern umfangreiche architektonische Änderungen, die dann die lange Implementierungsdauer bedingen. Sinn ist auch hier wieder, dass die Zielsetzung so gewählt wird, dass ein einfach ein Stückchen schneller als jetzt nicht mehr möglich ist, dass es nicht mehr reicht. Die Art und Weise, wie mit Kundenanforderungen verfahren wird, soll ja, die soll sich ja ändern. Die möchten Sie ja, dass sich die ändert. Und aber eben nicht durch eine direkte Direktive, nicht eben durch eine direkte Anweisung, wie genau verfahren wird, sondern wieder durch die Ergebnisvorgabe. Und da kommen wir zu dem Punkt, Messen statt Mindset. Natürlich müssen Sie messen, aber bitte externe Referenzen und wenn nicht direkt externe Referenzen, dann zumindest, ja, also wenn Umsatzerfolg oder Produkterfolg oder sowas nicht direkt geht, dann zumindest Messwerte, die so nah an der externen Referenz liegen, wie möglich. Weil es ist ein hehres Ziel, Agilität direkt messen zu wollen mit Mitarbeiterumfragen oder ähnlich ungeeigneten Instrumenten. Aber es geht am Kern vorbei und ist sogar schädlich. Denn die Frage, die Frage ist ja nicht, wie sich HandwerkerInnen oder KünstlerInnen, das dürfen Sie jetzt aussuchen, wie sich die Leute in ihrer Organisation fühlen, wie die sich mit dem Werkzeug fühlen, sondern welches Ergebnis sie damit erzielen und welches Ergebnis am Markt sie mit diesem Werkzeug erzielen. Ist schon klar, dass mit einem guten Werkzeug, das sich gut anfühlt, lieber gearbeitet wird und vielleicht sogar bessere Ergebnisse entstehen können. Sonst gäbe es ja keine schöneren oder weniger schönen Laptops. Aber ich kann, um nochmal aufs Mindset zurückzukommen, ich kann nicht direkt auf das Mindset einwirken, weil das Mindset ist ein Ausdruck der Kultur und ist damit ja eine nicht entscheidbare Entscheidungsprämisse. Kann nicht direkt auf das Mindset und nicht direkt auf die Kultur einwirken. Bringt also das Messen auch relativ wenig. Wenn ich stattdessen Messwerte erhebe, wie Lieferfrequenz oder Durchlaufzeit, dann bin ich viel näher am tatsächlichen Ergebnis der Organisation und drückt dieser damit auch das Vertrauen als Top-Führungskraft aus, den Weg zu diesem Ziel besser einschätzen zu können, als ich das selber vielleicht kann oder die Exekutivebene im Allgemeinen. Für eine umfassende Problemlösung gilt das Primat der Daten. Und zwar Daten nicht in erster Linie zur Beurteilung, sondern Daten zum Lernen. Das ist ganz wichtig. Die Daten, die Messwerte, die Sie erheben, die müssen der Organisation, den Leuten, den Menschen in der Organisation zum Lernen dienen. Aha, bringt das was, was wir hier machen? Verbessert das die Lage? Verbessert das die Lage nicht? Verschlechtert es die Lage vielleicht sogar? Messwerte zum Lernen, nicht zur Beurteilung. Und damit müssen die Messwerte möglichst kontinuierlich, möglichst automatisiert erhoben werden und transparent gemacht werden. Auch klar, die Implikationen auf Human Resources und auf die Struktur allgemein sind auch da. Weil egal, ob Sie jetzt Scrum verordnet haben oder die Organisation selber draufkommt, dass irgendetwas wie Scrum machen will, werde ich ja auf der einen Seite vielleicht etwas wie Scrum Master benötigen, also eine laterale Führungskraft mit viel Einfluss, aber wenig formaler Macht. Auf der anderen Seite werden Sie so manche disziplinarische Führungskraft vielleicht nicht mehr in genau dieser Rolle benötigen. Und das Personalwesen hat eine ganz wesentliche Rolle bei diesem Übergang. Eine helfende, eine tragende Rolle, indem Sie Angebote zum Übergang machen, indem Sie materielle und immaterielle Ängste und Nöte und Sorgen ernst nehmen und konstruktiv und aktiv adressieren. Eine große Organisation, die ich beraten durfte, die haben das, finde ich, ganz clever gemacht, als sich ein großer Sog hin zu Scrum abzeichnete. haben die alle disziplinarischen Teamleitern zu Scrum Mastern weitergebildet, vorsichtig weitergebildet und umfunktioniert. Weil selbst im Angesicht des Risikos, dass eine ehemalige disziplinarische Führungskraft weiterhin versucht, durch direkte Anweisungen, Arbeitsanweisungen und Anordnungen zu führen und damit an die Teamleiter Vergangenheit anzuknüpfen, finde ich die Lösung sehr clever, weil sie zum einen ernst macht mit der neuen Arbeitsweise und kleinhierarchische Teams auflöst und Teamstrukturen eben kleinhierarchische Teamstrukturen auflöst und zum anderen nutzen ehemalige Teamleiter als Scrum Master ja auch den Umstand, dass Führungskräfte aus dem Team heraus, dass Scrum Master aus dem Team heraus ja auch führen sollen und können dabei eben helfen, Impediments, also strukturelle und organisatorische Probleme, die Teams vom Entwickeln abhalten, wirklich zu adressieren und zu lösen. Und das macht hoffentlich auch deutlich, natürlich stehe ich voll und ganz hinter dem Gedanken, dass Organisationsteile aus sich heraus selber eine Veränderung der Arbeitsweise initiieren müssen. und dass der von außen lediglich begleitend und begleitet werden sollte und dass von der hierarchischen außen eine Ergebnisforderung gegeben werden sollte. Aber mir ist auch klar, dass sich viele Vorteile von Veränderungen dann ergeben, wenn alle Teile der Organisation mehr oder minder ähnlich arbeiten. Wenn sie also tatsächlich das gleiche Paradigma umsetzen. Das bedeutet nicht, dass alle Verfahrensweisen genau gleich sein müssen, aber es bedeutet schon, dass wenn sich abzeichnet, dass alle Lieferteams auf eine Spielart von Scrum gehen und gehen wollen, dass sich dann die Gesamtorganisation schon dazu befleißigt fühlt, das auch möglich zu machen und eine entstehende Schattenorganisation dann eben zur dokumentierten Organisation zu machen. Zusammengefasst, Veränderung der Organisation braucht einen Grund und ist stetig. Agilität ist ja nur einer der Begriffe, den die Autoren des ursprünglichen agilen Manifests zur Wahl hatten. Anpassungsfähigkeit, Englisch Adaptability, war eine andere Möglichkeit, die ich rückblickend betrachtet für passende empfunden hätte, aber mir ist schon klar, Agile klingt einfach griffiger. Ich darf also, oder Sie sollten als oberste Führungskraft Ihrer Organisation, die Sie gerne anpassungsfähig Agile hätten, nicht eben diese Anpassungsfähigkeit absprechen, indem Sie genau sagen, was, wer, wann, wie, wo, zu tun, hat, indem Sie bestimmte Änderungen einfach verordnen, sondern Sie können diese Anpassungsfähigkeit, die Agilität fördern, indem Sie den Grund für genau diese Anpassungsfähigkeit vorgeben. Den Grund, das Ziel, die Maßgabe zur Agilität, die die Notwendigkeit zur Agilität darstellt, darstellt, indem Sie die eben zur Vorgabe machen. Versuchen Sie also Agilität nicht durch deren Gegenteil einzuführen. Diesen Double-Bind, diese kognitive Dissonanz, die Sie dadurch erzeugen, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Fehlschlag verursachen und von den Leuten nicht gutiert werden. Nein, führen Sie stattdessen Agilität durch die Notwendigkeit zur Agilität ein, nicht durch die Methoden, durch die Notwendigkeit. Danke.